Willkommen zu einer Runde in FatCraft mit GLP Ich bin Suspex Ah ja, Suspex? Ich bin Suspex, hallo? Ach du bist Dollwalker? Nein! Ich bin immer noch Wander Ich bin draußen am Tor Stevie Wander, wo bist du? Komm mal raus zum Tor, da steh ich rum Ja ich komm, Suspex kommt Weil auf dem Server können wir die Skins wechseln Einfach damit wir nicht mehr so belagert werden Ja ich bin da, aber ich bin jetzt in der Mitte Ich hab keine Ahnung, wo du bist Guck mal, geh einfach mal am Rand Am Rand sind nur zwei Tore Lass uns doch einfach mal im Premium-Bereich treffen hier YouTube-Bereich Ah ja, geht auch, warte Geht auch Auf jeden Fall spielen wir gleich eine Runde in FatCraft Warum sind die so groß? Komisch YouTube-Bereich Ich guck jetzt mal ganz kurz, wie das Spiel hieß Was mich daran direkt erinnert hatte an dem Spielmodi War on Warfare Ace of Spades Ach so Genau, weil da gab's den Modus auch Ace of Spades Wer da den Zombie-Modus kennt, kennt auch den Modus hier in Minekräfte Sehr gut Hier ist nochmal die Anleitung drin Oh Geil Watt, wo öffnen der? Gegenüber von YouTube So Wo komm ich da rein? Hä? YouTube wird zugekleistert Lass mich rein Wanda Wanda Öffnet Und Vor allen Dingen Scheiße, wir sehen das erst voll spät Mach doch weg, Mann, was ist los? Suspecs Öffne Wie denn? Ich kann's nicht öffnen Ich hab keine Rechte Könnt ihr mir mal wieder so ein bisschen Rechte geben, damit ich hier auch was machen kann? Warte, ich geh mal zurück in die Lobby? Hahaha Nicht heulen Warte mal TP Hier Dafür hab ich bestimmt Rechte Sicherheit Oh, geht nicht Okay, kannst durch Ja, warte Ich hüpfe wieder rein So, und dann geht's gleich los mit Infactcraft YouTuber Was machen die denn da? Die springen ja die ganze Zeit hoch und runter Ah, hier Wie seh ich aus? Sunny Boy 266 bist du Hier der? Ja Sunny Boy Hi Hi Suspecs Also das ist eigentlich GLP Wir haben jetzt die Skin so ein bisschen geändert Welchen Skin hab ich denn? Von Suspecs Ja, wer ist Suspecs, man? Keine Ahnung, so ein weißer Oh, ich hab ein Schild Oh Wir können Hahaha Oh, geht nicht Das sind viele Rechte Äh, sag mal ein Server, Junge Villa Bunta Kunz, yeah Hahaha Okay, Villa Kunta Bunz Trink mal bitte das Menschen Ding Okay Okay, wo bist du? Suspecs Oh, jetzt bin ich ein Mensch Suspecs, was? Komm, wir gucken uns Ah, Sunny Boy Komm, wir gucken uns die Welt hier an Okay Das Spiel startet nur, nein Ich hab nur die Wand sehen Hä? Schnell weg, komm, ey The fuck, ey Suspec, wo bist du? Wo bist du? Nee, ich nicht Ja, wo denn? Ah, da, Sunny Sunny Oh, komm, lauf Lauf Hier gehen wir rein Was, rein? Hä? Solche ist ausgebrochen Oh, fuck, da ist ein Zombie Zombie Ja, nein Als Erklärung Gibt jetzt vier Zombies Oh, ein Zombies ist tot Geil Und ähm, also zwei werden zu random Zombies und der Rest werden Menschen bleiben und dann müssen die Zombies quasi die Menschen infizieren Ganz simpel Oh, und es sind schon sieben Zombies, ja elf Zombies Zwölf Bist du auch schon Zombie? Ja, ey, boah, der Server leckt so krass, nein bin ich nicht Loll, Bogen schießen kannst du die ja mal richtig in ne Tonne schmieren Boah Jetzt wurde ich krass erwischt Ja, toll, jetzt bin ich auch ein Zombie, aber wie soll man denn so spielen, wenn das laggt? Das geht gar nicht Okay, das ist blöd Wo bist du denn? Da mach ich auch so ein Zombie Wo bist du? Vielleicht müssen wir das mal aufnehmen ohne Livestream, weil dann ähm, ist der Andrang vielleicht beim Server nicht so groß Weil der wird jetzt im Grunde gededost, ne? Ne Ja, so ungefähr Weil damit kommt kein Server klar Oh, nicht die dicksten Oh, ich hab einen gefunden Den fick ich jetzt Bist du jetzt ein Zombie? Ja So Und ich hab einen infiziert, hier ist jetzt noch einer, cool Bei mir ist gar keiner Haha Ui, warst du dir viele? Sehr gut, die Menschen haben wir Aber ich mein, von dir der her simpel und gut umgesetzt Ja Auch wenn mich die Gesichter ein bisschen irritieren Von den Zombies Ja, letztes Mal, als wir das gespielt haben, da war diese Anzeige noch, ähm, nicht da Und da gab's auch noch kein Limit Weil da ist auch eine Zeit Was denn? Ich, ja ne, jetzt fällt mir grade ein, mein Zombie-Skin ist anscheinend verbuggt und deswegen sind die Köpfe der Arsch Also bekommt ihr praktisch alle bei mir grade den, den Arsch eines Zombies, äh, ins Gesicht gedrückt Den habt ihr jetzt grade alle nur ein schwarzes Gesicht Komm, wir durchsuchen die Räume und jeder Raum da clean ist, machen wir die Tür zu Toll Damit die das auch wissen und damit die das auch machen können Damit die dann einfach ihre Räume zumachen können Ha, ha, ha Ach ne, blöd, oder? Ja, ein bisschen Blöde Idee Ja, normalerweise sieht man ja auch anhand der Blitze, wo die letzten Zombies sind, aber Ja, hier, ne Wir sind in nem Gebäude Ja In Villa Kunterbund Ja Was geht? Die aber echt nur? Freunde Ja, drei Menschen noch Die müssen noch 260 Sekunden überleben, siehst du immer? Teilt euch da mal mehr auf, die rennen mir alle hinterher Ja, weißt du warum? Die wissen, dass du GLP bist Ja, ja, klar, also das Umbenennen ist eigentlich nicht wirklich sinnvoll, Kantert Ja, doch, allerdings nicht im Stream Ja, ja, also ihr könnt mich gerne wieder umbenennen, wenn ihr wollt, das bringt nämlich so nix Ja, aber in jemand anders, macht mal, ähm Nein, das ist ja, im Stream ist es doof, weil dann weißt du ja auch nicht genau, wer ich bin und Wenn du mir dann hinterher rennst, haben sie meinen Namen auch direkt wieder Weißt du? Deswegen Macht's doch keinen Sinn Weil das kann man lieber machen, wenn man mal heimlich aufnimmt, ne? Genau, heimlich Vor allem kann man auch in Ruhe Hangar Games zocken, heimlich Oh Alter, hier ist ne Kühlkammer, aber hier ist nix drin Oh, nur Zom- Nur Zom-Präs Ja, wo sind die denn? Ich seh gerade, oh, was war das? Hallo, wo seid ihr denn? Nur noch ein Mensch Der ist bestimmt ganz oben, ich laufe gerade 8 Stunden nach oben Ja, dann an die Admins können wir uns dann gleich wieder in die Original-Zustände packen So, ähm, in reinem Deutsch ausgedrückt Gut, der letzte Mensch, äh, cheatet wohl, Hacker Ja, geht noch 3 Minuten ungefähr Leute, rennt mir doch nicht hinterher, wenn ihr seht, dass ich irgendwie nach oben lauf, dann geht doch woanders hin Ja, das verstehen die meisten nicht, das ist leider blöd ein bisschen Das ist leider blöd ein bisschen, yeah Gib bald auf die Fresse paar Mal Was? Gib bald auf die Fresse paar Mal Aua Aber vielleicht kann man vom Geräusch hier schon gucken Das geht, glaub ich Weißt, was ich mein? Vom Blitzgeräusch, woher kommt? Ja, ja, das müsste eigentlich gehen Also, wenn ihr das jetzt hört im Stream, ja, dann habt ihr noch genau eine Minute Zeit Weil dann mach ich den Delay gleich auch mal aus Suspects, yeah Was? Wo bist du? Weiß ich nicht Ich würd einfach nur mal deinen Namen sagen So Weißer nimmt er sich Villak runterbunt, wo alles gleich aussieht Ja, wusste ich ja nicht Was macht er hier? Mobute ist blöd, der haut die ganze Zeit die Tür Ma, wo ist der denn? Was macht der denn? Das kann doch gar nicht sein Den gibt es bestimmt gar nicht mehr Ja, ne, der ist in der Wand Wahrscheinlich Oder so ein total banales Besteck Genau, im Pool Mann, oh Die Türen sind auch noch falsch Oh nein Oh, danke Was ist passiert? Ich war gefangen Oh Hinter einer Tür Im Speiseraum, also in der Kühlkammer? Ja, ich glaub schon Ja, da war ich auch Da war Bute, guckt immer noch gegen die Wand Warum? Warte, ich höre es von rechts Das, ich glaub der ist außerhalb der Map, ey Ja, der hat bestimmt gecheatet, hör mal Leute, warum rennt, jetzt rennen wir da 10 Leute hinterher, anstatt mal irgendwie selber zu gucken wo der Spacko ist Cool, oder? Da wundern sich die, die Manikers, wenn man das nicht schafft Ja, oder wir müssen dich ganz knapp umbenennen Wie? Oh, noch 12 Sekunden Ja, so, Spiel startet gerade und dann, äh, wirst du dann umbenannt Ja, toll, aber dann sind die im Stream, äh, ja trotzdem drüber informiert, weil du mich ja dann wieder filmst Ach so Dann bin ich höchstens für eine Minute Ach so Die Menschen gewinnen Nein Cheater Warte, der Server wird in 10 Sekunden neu gestartet? Ja, ist doch mal, dann fliegst du hier wieder raus Aber war doch noch gar nicht vorbei Doch, die Menschen gewinnen, Stand Bin ich jetzt wieder Ich, oder? Nee, ich bin nicht ich So, warte, ich will aber ich sein Kann ich ich sein? Ich will auch ich sein Kann ich ich sein und Manuel Manuel? Klappt alles, ne? Bin jetzt, glaub ich, wieder im YouTuber-Bereich? Nee, Premium Da will ich gar nicht rein Nicht? Hier fehlt das Schild, okay Ich bin richtig Okay, warte, ich werd mal kurz, ähm Test Den Stream stoppen und den Delay ausmachen Bis gleich Tschüss WTF? Da musst du jetzt aber eine Minute warten Ach, Open Broadcast hat er direkt mit aufgenommen, krass Kannst du ausstellen Ah, warte Dann mach ich jetzt den Delay aus Und wir starten den Stream erneut Suspex Hallo Hi, bin ich wieder der? Da bist du? Nee, ich bin hier auf der anderen Seite der Map Hier Sunnyboy Ich mach doch nix falsch Oh, Manno Wie gesagt Ich glaub, äh Könnt ihr uns wieder um, umbenennen? Jaja, benenn uns mal wieder in den Urzustand um Macht uns original Das kann man mal lieber machen, wenn man Wenn man mal heimlich aufnimmt Wie gesagt, Hunger Games wäre bestimmt geil da Ja Ja Oh, jetzt bist du bei mir off Jetzt gerade Also guck mal, jetzt bin ich mehr Debitor LP Sehr gut Und jetzt nur noch Manuel Suspex Hä? Du bist Drum Let's Play Bei mir Nein! Daywalker ist nicht Drum Let's Play Suspex ist Drum Let's Play Suspex GLP ist schwul Nee, nicht wirklich Hat einer geschrieben Das Nein, macht jetzt mal richtig hier die Skins Suspex ist Manuel Kann man eigentlich auch in nem Chat Also jetzt Minecraft bezogen Leute muten Ich glaube ja Bist du als wer der Richter? Du bist immer noch Suspex, ne? Keine Ahnung Spring mal Ja, bin ich noch Sechs Stunden später Sieben Stunden später Der Walker und der Suspex noch, komm Ah, guck mal Jetzt bist du wieder du selber Sehr gut Test Ja So und jetzt? Äh, noch ne andere Map? Ja Warte Aber wie gesagt, tut uns einen Gefallen, rennt uns nicht hinterher Ja, warte ich mach nochmal eben ne Werbung und dann sind wir drin Dann gehen wir in Dead Island rein Ja, super krass Super krass, yeah Dead Island Ah, läuft gerade Man kann sie aber anmelden, oder? Nee, geht nicht Schade Heaven's Garden Oh, das heißt das Zehn Menschen, drei Zombies oder andersrum? Was? Achso, äh Ich schätze die roten sind die Zombies Komm, warte, dann gehen wir Heaven's Garden Nö, ist doch jetzt gleich vorbei Oh, ich bin schon drin Heaven's Garden Da, okay Okay Heaven's Garden Ach, kleiner Tipp, versuch irgendwie auf den Berg zu kommen, wenn du ein Mensch bist, weil dann kannst die Zombies da runter schießen Okay Komm, wir trinken mal, ähm, den Menschenpass Schnell! Hab ich schon Wo bist du denn? Achso, neben mir Da rennen wir direkt hoch zum Berg Okay Jetzt, jetzt Achso, wurde gar nicht resettet Dann lauf mal Jetzt zieh hoch Los, alle auf den Berg Ja, nicht alle Die Zombies bitte nicht Hä? Ich wurde infiziert Wie, wie schwachsinnig Wie behindert Hinter uns war einer, ne? Ja Scheiße Egal, infizieren wir alle anderen Ich bin noch, ich bin noch nicht Nicht? Da hab ich mich nicht bekommen Dann hol ich mich dich Yeah Nein Nein Ja, natürlich Warum hat man denn nicht eine größere Range Als, als Mensch mit dem Schwert Hier hast du ja die Zombies, müssen wirklich ganz nah an dir dran kommen Hm